Tja, 17 Stunden noch. Heute gehen wir noch berichten. So. Gehen wir berichten. So. Dann zuerst den Grossmeister und das Relikt abgeben. Bevor irgendwas passiert. Oh, das stimmt. Das vergesse ich immer. So, jetzt aber schnell abgeben. Ganz schnell und ich sehe noch etwas. Ah, bis jetzt keine Quest. Okay, gut. Gut. Du, 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 du. Okay. Und ich hoffe, Victor taucht nicht auf. Er taucht nicht auf. Okay, gut. Ich hätte es jetzt erwartet, dass er auch nochmal auftaucht. Hm. So. Okay. Mission erfüllt. So, den hast du. Äh, hier. Ich habe zurück, Great Master, mit dem Relikt von der Aurora Evacuation. Es ist ein Tablet gefüllt mit Text, und ich habe keine Ahnung, wie es zu beschweren. Ein glückliches Tag. Du hast keine Ahnung, was das bedeutet, Zechariah. Die Sprache ist, in Wahrheit, schwierig. Und die meisten, die noch nicht mehr wissen, oder die Abilität, zu verstehen. Die meisten, aber nicht ich. Ich werde sofort zu beschweren. Wir werden schnell wissen, die große Wealthe von Secrets, die es hält. Drang war sicherlich richtig in seiner Verkaufung von dir. Deine Werte hat bereits proven, zu sein, infinitisch wertvolle. Ein Wort von Warnung, Zechariah. Worte spreaden über deine Missions. Dinge, die du hast geschafft. zu erreichen, erfüllt mit problemativen Details, die Sie haben einen Mohl in Ihren Mitteln. Wenn es ein ASC-Spy in Ihren Rängen gibt, wird er nicht nur unser Geheimnis wissen, sondern wird es endlich wieder mit seinem Master geben. Wir werden, in kein Unwanderer, verloren. Alles werden verloren. Also, beheben Sie. Und beheben Sie es. Sooner, als später. Danke für die Warnung. Ich versuche, ich werde das Ziel erreichen. Hm. Ein Spion, der uns beobachtet. Okay, und ich habe schon Elenin Verdacht. Der Penner. Betritt bei Dämmerung die Kaserne. Okay. Ah, warte mal. So, Spionfragen. Okay. Hm. Ah, dass unsere Einheit plaudert. Ach so. Das ist ja los. Okay, das klingt ja nicht gut. Hm. Einer von euch vielleicht. Okay. Oh, das ist Ellen. So, ist auch verdächtig. Hm. Oh, der Andrew, der gibt es auch noch. Diesen Typen da. Schön. Jetzt jetzt mal hier zu Captain Lee's gehen. Das andere abgeben. So. Hört. Du, 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 du. Mission erfüllt. Halt bleib hier. Stopp. Hast du schon wieder zurück, Lieutenant Zachariah? Hm. Ja, mache ich gleich Jeffrey. Okay. Gegen David. Und wen noch? Gegen die. Okay, alles klar. Äh. Hier. Captain, all Aurora Tunnels were destroyed. If they're gonna get back into the city, they'll have to come up with another way. I knew you wouldn't let me down, Lieutenant. Find Ryan and get your pay. Hey, it was well earned. Colonel Ian Manser came by looking for you. Hope this isn't going to be a habit, Lieutenant. His problems aren't yours anymore. Doch. You're part of my unit now. We clear? No, no. Of course. I'll go see him on my own time. Not yours, Captain. Okay. Aber stimmt wegen dieser Mission jetzt. Stößt die Mission davon, Captain Eliza Mage up. Okay, das hätten wir erledigt. Schön. Und wieso ist das andere jetzt verschwunden? 14 Stunden. Okay. Hm. Kampf um Überfluss. Okay. Äh. Hier. Captain Eliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Na, danke. Okay, wir haben noch 14 Stunden. How much do you know about what's going on in the barracks? Not much. I'm not really interested. I'm just a quartermaster. Here to grease your wheels when they get rusty. Not ease drop or gossip. Why are you asking? What are you looking to know? Hm. What about Jeffrey? I don't want to talk shit about anyone. Not my style. But that boy? That boy is only barely sharper than a spoon. What do you know about Dave Ward? Quiet, brooding, asshole type. Not a talker. Which is fine by me because he's not one I want to talk to. Okay, that's if they're vital. What have you heard about my captain? If you're looking for me to dish dirt, Lieutenant, you're barking up the wrong tree. She may be a woman, but this army could use more officers like her. She'd put herself in front of a bullet for her men. The army is her church. It's sacred to her. And she will and has come to blows with anyone or anything that threatens to tarnish its image. Where it is, she's got one hell of a right hook. Okay. Ha, keine Ahnung. Es könnte auch sein, dass keiner von denen es ist. Sondern irgendwie anders. Hm. Okay. Und. So. Hm. Wäre das nicht mal angezeigt. 14 Stunden immer noch, okay. Lieutenant? Hm. I want to know my men better. Tell me a bit about yourself. Oh, great. Show and tell. Yay. Hm. What do you do when you're off duty? Nothing special. See my folks, I guess. They ain't getting any younger, so... And I give most of my paycheck to them, cause I'm the only one they got left. Sister died. And I ain't married, so... When I ain't with them, I'm at the bar. Drowning the shitstorm that my life's become. Not exactly a picture perfect life, but it's mine. And hell, I get paid enough to help them out and buy my own drinks, so... What's there to complain about? Okay, interesting. What do you think about Jeffrey Hunter? He's a village idiot who thinks he can brown nose his way to a promotion. Fucking reject. And no, he ain't my friend. If you haven't peace sat together. Hm. The searcher David Ward's spinn. I'm gonna leave you alone. Seems you'd rather be that way anyway. Okay, Jeffrey, could it be. We need a little bit to climb, in the way he tells us, so... ...for a support or something. Hm. I can't open it without a code. Toll, and how do you find that out? Hm. Hm. We'll find the rest of the code out. Hm. Okay. Tja... We'll find out. We'll find out. Where are the other guys? Tja... Good. Hm. Keine Ahnung. Colonel Ian Manser came by looking for you. Hope this... Of course. Okay. Your connection to Victor. Have a moment, Captain. Depends what you need it for. I just want to get to know you better, Captain. I don't usually mix business and pleasure, Lieutenant. But... Ask away and we'll see which questions I feel like answering. Vertrauen aufbauen nach ihrer Herkunft, Fragen nach ihrer Offizierslaufbahn, Fragen. Vertrauen aufbauen nach der Einheit, Fragen. Okay. Hm. What do you think of us? Honestly, Lieutenant? Not quite sure yet. You Technomancers are new to me. Undoubtedly special. Incapable of feats my other units couldn't dream of accomplishing, but... Time will tell. That said, I've been quite impressed. I thought it was the definition of insanity to send you and so few of your men on some of those missions. Missions I would have anticipated needing ten times the manpower for. So far, you've proven me wrong. Hm. The rare feat in itself. So even though it's taking some time getting used to, I couldn't be happier, you're one of my troops. Hmm. How was your rise to Captain Earned? Hmm. Over time. But by no special action by me. Graduated as a Corporal and thanks to the brave men underneath me, their success and missions became mine in rank. No heroic feats to dazzle you with and stories. Just a lot of time and dedication that I'm proud of just the same. Hmm. You from Mofir? Born and raised. Father was an officer. Mother was a quartermaster. And I've rarely ventured outside the walls before a few scattered missions. Sound familiar, Lieutenant? Very familiar, Captain. Except my parents weren't officers. Which makes your rise even more noble, Lieutenant. Hmm. Bitte funktioniere. Puh. One might start to wonder the purpose of your questions. But here's my answer. We're all forced to work with them. But it doesn't mean I have to be happy about it. Too much power too quickly leads to arrogance. Brash and too quick to act. And quite frankly, as they've risen in power, it's no coincidence that the dissenters, deviants and rebels have risen in numbers. And they're a great source of intel, however they get it. I sleep better at night not knowing the means. But I've always thought the army was strength enough. That the ASC was overkill. I trust you won't repeat anything I've said, Lieutenant. I hate for both of us to find ourselves enemies of the state over a little frank conversation. My lips are sealed, Captain. And I appreciate your candor and trust. More than you know. Hmm. Okay, this is not. Is it a spin-through-suchen or... No, I don't believe it. I don't believe that this is. Is it a spin-through-suchen? Hmm. This is a spin-through-suchen. Everything's clean in here. It's just like the Captain's work. Nothing implies that she's working with the ASC. Mhm. Tja. Aber we can be this da öffnen. Hmm. Gibt es hier an Skill? Warte mal. Hätte schon einen Dialog, könnte Lebensgeneration. Okay. Das war' Kerizmach. So, Wissenschaft. Tut 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 tut. We've never been given deutlich. Okay. Hier ist es nicht. Tja. Hmmm. Der suchbare Ton ist visuell markiert. Okay. Von Gegenständen beim Schleichen. Vielleicht könnte ich bei ihm Taschendiebstahl und dann den Code klauen. Aber da habe ich einen Skill nicht. Okay. So und Jeffrey, bleib mal hier. Ah, du bist echt ein Schleimer. Hm. Nach dem Leben, außerhalb der Kasselne fragen, nach seiner Kindheit fragen, nach Dave fragen. Und du hast eine gute Kindheit? Oh, ja, du kennst es, Lieutenant. Sehr schön zu sein, zu sein. Ruhig auf die Flasche. Vater gab mir ein Crossbow. Und ich habe meine Zeit mit den Farmern zu schießen, zu schießen, zu schießen. Das war ein guter Moment, Lieutenant. Aber jeder muss sich aufzunehmen und weitergehen. Es gab viele Hunters in Green Hope, auch. Und ich habe immer so gedacht, dass ich ein Soldaten bin. Mostly, aber da war eine Frau nach Hause, die liebte Männer in Uniform. Also, ich gehe in die große Stadt, um zu schießen. Und, du kennst, als ich ein Schwerfschüter habe, sie mich aufzunehmen und mich hierherabend haben. Ich habe immer noch nicht verwendet, alle Gebäude, alle Leute, alle Konkretze, aber ich bin froh. So, wie ist dein Leben, wenn du nicht aufzunehmen? Ich sage dir die Wahrheit, Lieutenant. Nicht viel zu sagen. Ich versuche, zu besuchen die Stadt, zu machen ein paar Freunde. You know, weil ich noch nicht zu viele Leute weiß, und meine ganze Familie ist zurück in Green Hope, das ist, wie viel zu weit zu gehen, um mein Leben zu gehen. Und, um, oh ja, da ist auch, you know, ich versuche, noch zu machen, zu schießen. Though, da ist nicht viel mehr als kleine Schwerfschüter in der Unterwerks. Das ist nicht ein tolles Hobby für die Stadt. Hm. Das aber noch nicht alles. Oh, yeah, sure, sure. I mean, he's not always the happiest guy in the world, but it's probably because he didn't have an easy life. He's always talking about how his life was nothing before 126 and joining the army and that his family is all he's got. 1, 2, 6. He's kind of bitter, but he's probably got a right to be. I always cheer him up, though. Okay, war das jetzt der Code? 1, 2, 6. War das der Code? Ja, geil. Das war der Code, okay, aber wo... Hm, seltsam. Ach, was. Ach, was. Hm, okay, schon mal verdächtig. Der hat alles aufgeschrieben, was wir gemacht haben. Hm. Hm, hm. Okay, Dave ist das. Der da. Der König hat den Jeffrey im Verdacht. Aber gut, warte. Bis jetzt hier aus. Zeit. Immer noch so viel. Oder liegt das daran, weil wir in der Kaserne sind? Okay, alles klar. Zeit ist angehalten, ist schon nett. Solange wir das hier nicht erfüllt haben. Okay, machen wir ihn betrunken. Und dann können wir schön ausplaudern. Hm. So, why don't you cut the bowl and tell me why we're really here? Sure. You've been spying on me, Dave. Been reporting everything back to Victor. I don't like racks. That's not all right with me. Is it a surprise I have no loyalty to you? I don't like you, Lieutenant. Never did I sure as hell wasn't gonna risk making Victor angry at me to save your ass. Hell, I was downright excited to tell them what I knew. Even some shit I didn't know. It just felt like making up. And in return, they left me the hell alone. All I ever wanted. And worth every moment. If you don't like it, complain to the Colonel. So, so. Ich frage mich gerade. War das jetzt gescriptet, das hier? Oder liegt das nur daran, weil wir keine gute Beziehung zueinander haben? Weil hier statusfeindlich oder so? Und wenn wir jetzt befreundet wären oder so, wenn wir nicht so viel getötet hätten, würde das jetzt hier aber anders ablaufen? Ist ja die Frage. Aber naja, jetzt ist es so passiert. Er hat uns verpfiffen bei Victor. Und das heißt, auch wenn er nur ein Bauer war, ein Bauernopfer von ihm, trotzdem, wir müssen das beenden sofort. Oh, nein, ich vergiss es. Hm. Du, Penor. Na, warte. Oh, nicht das. Oh, boah. Ah, der Teleportangriff. Okay, wirklich. Hm. Ah, wie sieht's aus? Oh, boah. So, steh ab. Hm. So. Tschüss. Tja. David Schreikolben, David Schild. Schön. Danke für dein Zeug. Und ich hoffe, die Ausrüstung, die ich dir gegeben habe. Habe ich wiederbekommen. Das wäre schön. So, tschüss. Hm. Schau, ob es jetzt wirklich daran lag. Oder gescriptet. Hm. Okay, wieso bin ich hier feindlich immer noch? Was ist denn da los? Und wo ist denn hier? Wo war denn hier das andere? Ach so, weil da gerade keiner dabei ist, okay? Tja. Spion enttarnt. Ist vorbei. Hm. 13 Stunden immer noch. Hm. Ich muss ja wohl ein bisschen pennen. Machen wir das jetzt noch als nächstes, wenn wir schon hier sind. Und. Okay, da muss halt nächstes Gott mit. So. Ist gerade ein Platz frei geworden. Neun Stunden. Elf. So. Sollte dann reichen für's hingehen. Nicht. Ah, genau. So. Ist doch schön gemütlich da hin. So. Tja. Du, 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 du. Du, 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 du. Man kann nicht da nicht hin zusammenstellen? Also nicht so aus. Oder? Nein. Aber das können wir hier bei Scott tun. Gehen wir da auch noch kurz hin. Haben noch ein bisschen Zeit. So. Das soll jetzt zurück sein und bestimmt wird jetzt fragen, was soll das? Hat es uns verarscht? Oder nicht, hat es mich verarscht? So. Okay. Na, Scott. Okay, hast nichts zu sagen. Na schön. Scott Seeker. Wo ist denn Jeffrey hin? Beziehungsstatus verdächtig. Warum? Ja, warum das denn? Sind wir keine Freunde? Okay, aber ist jetzt Jeff nicht dabei? Hm. Ich brauche echt mal bessere Gefährten. Die mir zustimmen. Finde den Händler, alles klar. Geh da jetzt hin. Du, 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 du. So, lebst du noch? Na, sieht so aus. Danke. Du kamst. Danke. Lass uns gehen, so schnell wie möglich. Mhm. So, los geht's. Jetzt kommt Tyon. Kommst du mit? So, ist aber schnell weg. Da durch. Kommst du mit? Gut. Okay, jetzt kommt Tyon. Jetzt kommt Tyon. Aber es wundert mich, dass er einfach so die Dokumente mitnehmen konnte und so. Hm. Tja. Ohne einen Zwischenfall. Geh, du bist gerade kacken. Ja, mach du mal. So. Kommt ihr mit. Also ein bisschen bis die Leute auch geklettert sind. Gut. So, geschafft. Ohne Zwischenfall. Soldier, listen up. This merchant's got intel about the mobs trafficking. So he's under the protection of abundance. Take care of him. And make sure he gets his Dokumente to the head investigator. Yes, sir. Thank you, officer. Thank you. Thank you. I thought I was gonna die. Thank you. Ah, kein Problem. Bohrerruf minus vier, okay. Tja, scheißbohrer kriegt kacken. So. Schön, hätten wir das erledigt. Nice.